Nicht die überlegene Bergsilhouette, sondern ausnahmsweise das nassenelement spielt zur Saisoneröffnung am 14. Juni hier in Arosa die Hauptrolle. Dreimal wöchentlich pusten tausend Düsen kraftvolle Fontänen in die Luft, die sich zu Musik aus 30 Lautsprecher elegant bewegen. Dazu kommen 200 Lichtquellen, die das ganze Schauspiel dann ins richtige Licht rücken. Untertitelung des ZDF, 2020